Wenn ihr uns ein bisschen früher gesagt hättet, dass ihr in der Stadt seid, Tom hättet ihr auch noch morgen mit ihm losfahren können. Er hat ja Zeit. Besonders spontan seid ihr ja noch nie gewesen. Wie lang ist er eigentlich schon arbeitslos? Nächste Woche hat er ein Vorstellungsgespräch. Schön. Es muss schwer sein finanziell. Wie viel kriegt ihr denn vom Amt? Ich will nicht darüber reden. Verstehe. Ihr kommt zurecht. Es wird schon wieder besser werden. Entschuldige. Ich hätte dich beinahe was vergessen. Wie läuft das mit dem? Geld? Echt? Ulan Vallejolecek ne yapıyor lan burada? Bu çanta ne? Mike nerde? Hem çantayı getirecekti buraya? Ja. Ja.